Hallo und herzlich willkommen bei Bot Sports Tech. Es freut mich vielmehr, dass ihr eingeschaltet habt. Trainingsfokus, Belastungsverhältnis, Ausdauerwert, alles Begriffe, die man auf seiner Garmin Uhr findet. Aber was bedeuten sie und welche Faktoren haben darauf Einfluss? Genau das ist das Thema meines heutigen Videos. Ich erkläre dir alles und mache dich somit zum Garmin-Profi. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Fangen wir mal bei den einfacheren Funktionen an und arbeiten uns dann zu den komplexeren durch. Punkt 1. Leistung Eine Metrik, die auf Garmin nun auftaucht, ist Leistung. Diese beinhaltet folgende Punkte. V2-Max, Laktatschwelle und Prognose. V2-Max ist ein Begriff, den man so ziemlich auf jeder Sporthof findet. Aber was genau ist das? V2-Max ist die maximale Menge an Sauerstoff, die man pro Minute und pro Kilogramm Körpergewicht bei maximaler Anstrengung verbrauchen kann. Es ist sozusagen ein Maß für die aerobe Fitness und steigt normalerweise mit zunehmender Fitness. Je höher die Zahl, desto besser. Auch Laktatschwelle hat man schon mal gehört. Die Laktatschwelle ist im Prinzip die Anstrengung oder die Pace bei einem Training, wo die Ermüdung verstärkt einsetzt. Es ist sozusagen die Grenze, wo Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch noch ausgeglichen sind. Gut trainierte Läufer oder Läuferinnen erreichen diese Schwelle oft bei 90% ihrer maximalen Herzfrequenz, während weniger erfahrene Läufer diese Schwelle oft bei niedriger Herzfrequenz erreichen. Bei den meisten Garminuren kann man diese auch bestimmen lassen, indem man einen entsprechenden Lauftest macht. Ganz wichtig, hier ist dabei ein Brustgurtvoraussetzung. Der letzte Punkt ist dann die Laufprognose. Hier schätzt die Uhr aufgrund der aktuellen Fitness die möglichen Pestzeiten für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Punkt 2. Intensitätsminuten. Intensitätsminuten werden gesammelt, indem die aktuelle Herzfrequenz im Verhältnis zur Ruheherzfrequenz betrachtet wird. Dabei wird im Prinzip zwischen mäßiger und hoher Intensität unterschieden. Minuten mit hoher Intensität werden verdoppelt. Die American Heart Association empfiehlt übrigens 150 Minuten moderater Bewegung pro Woche. Man kann sich das Ziel aber individuell einstellen. Punkt 3. Belastung. Unter dem Thema Belastung gibt es bei Garmin verschiedene Indikatoren, die diese ausdrücken. Da gibt es zum einen Mal die akute Belastung. Diese ist eine Zusammenfassung der Trainingsanstrengung der letzten Tage und zeigt an, ob man gerade wenig, genau richtig, viel oder sehr viel trainiert und hängt von Fitnesslevel und Intensität des Trainings ab. Die chronische Belastung auf der anderen Seite ist die Trainingsbelastung der letzten 28 Tage. Und beim Belastungsverhältnis werden diese zwei Werte gegenübergestellt. Optimalerweise soll der Wert zwischen 0,8 und 1,4 sein. Wie man sieht, bei mir ist er genau bei 1. Liegt sie darunter, erholt man sich oder wenn sie weiter fällt, baut man Fitness ab. Liegt sie darüber, ist das zwar kurzfristig okay, langfristig kann es aber zu Übertraining oder Verletzungen führen. Beim Trainingsbelastungsfokus wird auf die Art der Belastung in den letzten vier Wochen geschaut. Wie viel davon war anaerob, hocherob oder leichterob? Mein Lieben, helft mir kurz weiter. Sagt man aerob oder aerob bzw anerob oder anaerob? Leider weiß ich nicht, was da die richtige Aussprache ist. Also falls das, was ich sage, falsch ist, dann möge man mir das bitte verzeihen, ich werde es in Zukunft besser machen. Aber schreibt es mir in die Kommentare, ob man aerob oder aerob sagt. Darüber hinaus, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und euch mein Video bis jetzt gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt tut bzw. mein Video liked, denn dann helft ihr mir und meinem Kanal weiter zu wachsen und zukünftig verpasst ihr auch keine Videos. Aber jetzt schauen wir uns weiter die ganzen Begriffe an. Die lila Farbleiste zeigt mir an, wie viele von meinen Trainings auf anaerobe Aktivitäten entfällt. Um dies zu erhöhen, sollte man Aktivitäten wählen, die die Herzfrequenz schnell steigen lassen, wie zum Beispiel ein High-Intense Training oder Sprintintervalle. Dabei wechseln sich intensive Phasen mit Erholungsphasen ab. Die orangefarbene Leiste zeigt mir, wie viel Zeit ich mit anhaltend mäßig hoher bis hoher Intensität trainiert habe. Also hier ist die Herzfrequenz deutlich erhöht, man kann aber diese Intensität für mehrere Minuten oder sogar über 30 Minuten aufrechterhalten. Ein Beispiel dafür sind Tempoläufe, bei denen man über längere Zeit mit hoher Intensität läuft. Zuletzt gibt es noch den Hillenbraun Balken, der mir leicht aerobe Aktivitäten erfasst. Ein Beispiel hierfür sind lange, langsame Laufenheiten oder einfach Trainings mit niedriger Intensität, bei denen man aber noch sehr gut entsprechen kann. Punkt 4 Trainingsbereitschaft. Die Trainingsbereitschaft zeigt mir, wie gut ich für ein intensives Training vorbereitet bin und basiert auf dem Schlaf der letzten Nacht sowie meiner Erholungszeit, das ist die voraussichtliche Zeit, die man braucht, bis man wieder vollständig regeneriert ist, dem HFV-Status, zu dem komme ich dann gleich später, der akuten Belastung sowie dem Schlafprotokoll, das ist der Schlaf der letzten 7 Tage und dem Stressprotokoll ebenfalls der letzten Woche. Und diese ganzen Faktoren werden dann herangezogen und in einer Zahl von 1 bis 100 ausgedrückt, wobei es hier farbliche Abstufungen gibt. Punkt 5 Trainingszustand. Der Trainingszustand beobachtet das Training über den längeren Zeitraum und zeigt dessen Nutzen auf. Erhalte ich meine Form, baue ich auf oder verliere ich sie? Das alles verrät mir diese Funktion. Faktoren, die hier herangezogen werden, sind die akute Belastung, der Belastungsfokus, der V2-Maxx, der HFV-Status, hier ist er schon wieder, und meine aktuelle Erholung. Die Uhr kann aufgrund dieser Daten folgende Trainingszustände ermitteln. Der Status kann Formverlust sein, ich kann unproduktiv trainieren, ich kann im Formaufbau sein, ich kann in Höchstform sein, optimal vor einem Wettkampf, ich kann in Form Erhalt sein, das ist der Zustand, den ich glaube ich am häufigsten habe, ich kann in der Überbelastung sein, in der Erholung, oder es gibt auch keinen Zustand, das ist in der Regel ganz am Anfang, wenn man die Uhr neu bekommt, denn diese braucht ein bis zwei Wochen, bis sie sozusagen den Trainingszustand dann ermittelt hat. Punkt 6 HFV-Status. Einen Begriff bin ich euch noch schuldig, denn der ist schon mehrmals gefallen, den HFV-Status. Was ist der HFV-Status? HFV bedeutet Herzfrequenzvariabilität und ist die Veränderung in der Zeit zwischen aufeinanderfolgende Herzschläge. Das heißt, wenn ein Herz zum Beispiel 60 Mal pro Minute schlägt, bedeutet das ja nicht, dass die Zeit zwischen jedem Schlag genau eine Sekunde ist. Und die HFV misst diese Veränderung und gibt Hinweis darauf, ob der Körper entspannt oder gestresst ist. Eine höhere Herzfrequenzvariabilität bedeutet oft, dass man sich entspannt fühlt, während eine niedrige auf Stress hindeuten kann. Punkt 7 Heelscore. Der Heelscore ist eine Zahl von 0 bis 100 und bewertet meine Fähigkeit, bergauf zu laufen oder zu wandern und kommt ins Spiel ab einer Steigung von 2%. Dabei wird auf der einen Seite die Ausdauer am Berg betrachtet. Das heißt, hier geht es darum, lange, moderate Steigungen durchzuhalten, ohne müde zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es die Kraft am Berg, wo die Fähigkeit analysiert wird, kurze, steile Stücke kraftvoll zu überwinden. Dazu kommt dann noch der V2 Max und aus diesen drei Faktoren errechnet sich dann der Heelscore. Punkt 8 Ausdauerwert. Der Ausdauerwert zeigt an, wie gut man in der Lage ist, Leistungen über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Je höher der Wert, desto besser. Bei mir sieht man zum Beispiel, dass ich meine Ausdauerfähigkeit seit Dezember recht konstant halte. Ganz unten sieht man dann sogar, welche Aktivität hier den größten Einfluss haben. Laufen, dann Krafttraining und das letzte glaube ich ist Yoga, das ich ja auch regelmäßig mache. So meine Lieben, wir sind am Ende meines Videos angekommen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat auch gefallen und der ein oder andere Begriff ist jetzt für euch etwas klarer und ihr kennt euch ein bisschen besser aus. Lasst mich wie immer gerne von euch inspirieren. Falls ihr irgendwelche Videos zu speziellen Themen sehen wollt, dann schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ich lese mir die immer durch und versuche sie auch so gut wie es geht zu beantworten. In den nächsten Tagen sollte ich wieder Hardware von Garmin und Amazfit bekommen. Ihr dürft euch also jetzt schon auf Testvideos freuen. Darüber hinaus werde ich auch ein Video zum Feature-Update von Chorus machen. Wie immer sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.